Ja, und da wären wir wieder. Ich hab gerade gesagt, dass wir gleich Level 16 werden. Und ich schätze mal, es wird in der Runde jetzt hier passieren. Levels all 15. 600 Punkte oder so, dann bin ich Level 16. Fahr! Nein, irgendjemand schießt mich von hinten in den Rücken. Ich hasse, ey. Scheiße, nicht getroffen. Ja, dann heilen wir uns mal. Ja, ich bräuchte ihn allerdings auch mal. Oh, da hinten, die Flagge war noch ganz schön genommen. Hoppala. Und ich wurde auch gefragt, wieso ich momentan keine Videos mit Dingens mache. Mit, 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 mit Kommando. Ganz einfach. Ich hab momentan eigentlich überhaupt keine Lust, weil das dauert mir irgend so lange. Das ist so, also, ich hab schon Lust auf Kommando, aber das dauert so lange. Level 16. Ähm, das dauert so lange. Äh, mit dem Leveln halt. Ich brauch irgendwas mit 250.000 Punkten, damit ich ein Level aufkomme. Ich weiß, okay, ich bin jetzt Level 28 und so. Eigentlich reicht es mir auch schon. Aber ich will schon Level 30 werden. Aber wenn ich dann sehe, dass ich eine Viertelmillion Punkte brauch für ein, ein Dingens, ein Level ab. Oh, das kotzt schon, weil dann spielt sie da schon mal drei, vier Wochen lang. Und hier, ja okay, hier wird es sich auch noch steigern. Aber ich bin jetzt gerade mal bei, ähm, ich glaub bei 90.000 oder so gerade gewesen. Jetzt, ich hab ihn. Und der hat mich. Elite ist hier 1 im 249. Oh, und hier ist irgendwo ein Gegner. Where it is? Wo ist der? Ich hab's genau gehört, dass hier irgendwo so ein... Da haben wir ihn ja. Nee, 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 nee. Du kommst schön her. Du kommst schön her. Du kommst schön her. So. Wo ist seine Schule? Mina? Da war's. Weil das hört man nämlich, wenn es sich jemand auf unsichtbar macht, dieses... So, jetzt hab ich's selber. Und, boing. Hab ich ihn getroffen? Weiß ich nicht. Aber jetzt hat... Ja, okay, jetzt ist er tot. Komm. Treff ihn. Das gibt's nicht. Jetzt hat er echt mal ein Teil hier geblasen, strikt, weg und so. We don't even make XP Torch. Thork heißt es nicht Torch. Torch. Torch heißt es nicht Fackel oder Taschenlampe oder so? Torch. Minecraft. Torch. Das war früher mal ein Rapper. Torch. Kennt ihr noch jemand? Wahrscheinlich nicht. Level 16. Ja, ich bin gerade in dieser Runde Level 16 geworden. Cool, was? Ja, du bist mit Sicherheit Level 556. Die sind ganz schön hohe dabei. 20, 22. Bereiten dir diverse Aspekte des Spielsprobleme... Bereiten dir diverse Aspekte des Spielsprobleme, dann spiele doch das Tutorial Hauptmenü, um mehr zu erfahren. Das ist sowieso hier hinten, so ein Feld da. Man kann's nicht lesen. Da steht irgendwas und es wird von einer ganz anderen Schrift verdeckt. Genauso wie immer am Anfang. Früher war's nicht so. Das ist jetzt neu zugekommen, in so einem neuen Update. Dass immer so kurz erklärt wird, was man jetzt halt hier in der Runde zum Beispiel machen muss. Bei Eroberung. Oder bei Capture the Flag, wie wir meistens sagen. Ähm, und das, ja genau, das überdeckt total die Chatbox. Wenn der irgendjemand was schreibt, du kannst es nicht lesen, du musst warten. Ich meine, okay, du musst warten, ist nicht schlimm. Aber wenn jetzt einfach mal viele was schreiben, dann ist das innerhalb von ein paar Sekunden weg. Alter, dieser Granko ist gut. Wieder der oben alle ummetzelt, ey. Leck mich am Arsch. Oh. So, ich chill mich jetzt mal hier hin und, und, ah! Und schieße ein bisschen. Boah, wieso gehe ich da aber auch nur mit ein paar... XP oder HP oder weiß ich nicht was. Auch da hinten, ey. Dumm gelaufen. Geschwarr. Ah, ui, 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 ui. Den hole ich mir, den hole ich mir. Ich hab den, ich, ich. Ich hab dich zuerst. Ich hab dich zuerst. Oh, ich hab dich auch. Ich hab dich auch. Oh, nein. Der ist ein kleineres. Branded spam. Och, leider. Pau. Wer schießt hier denn von der Seite? Wer schießt hier denn von der Seite? Stimmt nicht. Einer schießt von hier, steht auch nicht. Nur von da vorne. Ach, mehr, der scheiß Granate. Das macht so viel Damage, der Fakt. Wenn ich dann höre, ey. Dieses Piepen. Boah, jetzt geht's aber ab. Jetzt werden die Teams doch wieder ausgegleichter. Ah, so viele Granaten. Ja, Mann. Zehn Punkte, lol. Und nochmal zwei. Wieder ein kleines Standbild gehabt. Den hole ich mir aber. Nein. Schade. Ah, schade. Jetzt bekommt's von der neuen. Juhu. Wer schießt denn? Von da von wo überhaupt? Also, ja, von da vorne, okay. Aber wer genau? Granatenarsch. Granatenarsch. Alter, hab das gesehen? Wie das Ding, dass du rübergelenkt hast. Punkt. Punkt. Hammerpunkt. Ich will Punkt da. Ah, weg. So, wieder weg. Eilen. Triffst du mich ja nicht. Okay, das hat sich bestimmt ein Behindert angehört. Und ihr denkt jetzt wahrscheinlich, ich bin blöd oder so. Naja. Ich treff ihn nicht. Also, man merkt echt übelst. Oder ich zumindest merke, dass ich sauer aus der Übung bin. Buggy. Würde ich jetzt nicht sagen, dass es irgendwas buggt. Äh, ja. Oh. Lol, habt ihr es gesehen? Die Löcher da in der Luft? Achso. Löcher in der Luft, okay. Ähm. Ja, so Einschisslöcher, die in der Wand hängen. Oh, 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 oh. Scheiße. Oh, 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 oh. Scheiße. Naja, nee, jetzt hab ich einen. Boah, ich bin grad echt sauschlecht. Aber wirklich. Ich bin, ich bin, ich bin der Letzter, Alter, nicht am Arsch. Ich glaube, es ist Zeit, dass ich wieder mal als Ding ans... Ähm. Doch, als Commander-Spiel. Achso, die war von uns, die Granate. Ich dachte jetzt schon. Ja, okay, die Stabgranaten sind sie, stimmt, ja, die sind von uns. Achso, ich bin die Muhe gegen Stabgranaten. Fuck, okay, oh nein. Boah, ey, bin ich schlecht. Also, ich streng mich ja, wenn ich ehrlich bin, grad übelst an, aber... Oh, Mann, du Krieger, ey, mit ihren schwulen Granaten. Boom, gleich fliegen Granaten, hätten wir. Ja, das ist gleich kleiner. Oh, nein, scheiße. Maxwells... Maxwells... Maschinengewehr. Maschinengewehr. Aber wir sind gerade leicht am Gewinnen. Vielleicht können wir den Runde noch für uns entscheiden. Und wenn wir hier mit drei Tickets führen, gefällt gar nichts. Den habe ich weggebombt. Ah, Standfeld. Uiuiui. Und von hinten. Ja, wir sind so. Ich habe euch nicht getötet. Irgendjemand anders. Und hier... Jetzt fliegen wieder Handgranaten, ey. Ich habe hier mit drei Tickets. Oh. Hui. Hui. Ah, die Handgranaten. 13 zu 5 Nein! Das war echt nicht gut, ey. Vor allem bei Kill geholfen, bei Kill geholfen. Du hast eliminiert. Total oft bei Kill geholfen. Naja, wenigstens hab ich 15 Kills. Ist ja schon mal nicht ganz so scheiße wie der Rest. Hm. Und ich sag 15 Kills. Ich mein natürlich 13. Naja, also bis gleich oder dann oder irgendwann. Ciao Leute.